Was hast du denn jetzt auf Führtsatze? Du bist zu gierig gewesen, oder? Hm? Du bist zu gierig gewesen? Nein, ich bin rausgeschossen worden. Rausgeschossen bist worden, du warst, du warst gehilt. Beziehungsweise nein, ein Engineer haben wir rausgeschossen. Wo? Äh, nein, beim Einserton. Weil ich mich halt den Panther eigentlich gut gedamaged hab. Da steht ein Panther dort, oder? Ja. Okay. Und jetzt... ... ... ... ... ... ... ... ... Schauen wir mal, ob ich ihn finde. Vom Einsatz um in welche Richtung steht er? Richtung Indier. Wir müssen direkt neben dem Flussraum stehen. Ich glaube, der brennt da schon. Wenn das das Fahrzeug ist, neben dem Flussraum, da in der Nähe von PO-Gebäude. Da sind meine Pony direkt neben ihm abgestürzt. Da ist das Signal, da ist nirgendwo stehen. Da hat irgendwas gebrannt auf jeden Fall. Das könnte aber auch der Heli gewesen sein. Du hast einen weit, wenn es gerade so ist. Ah, das ist unser Fahrzeug. Ja, nehmen wir an. Nein, das ist der Letz. Das gibt's ja gar nicht. Das ist der Weg vorne. Hinterm roten Bürogebäude auf der Straße läuft vorne. Was? Auf der Hauptstraße? Warte mal kurz. Er ist Richtung Basketballplatz gelaufen. Entschuldigung, was nochmal? Das war bloß ein einzelner Typ. Auf der blauen See ist noch nix. Auf der blauen See ist noch nix. Ein roter Mohawk kommt gerade, sehr tief noch, weit hinten. Hast du ihn schon getroffen? Nein. Jetzt aber, oder? Ich weiß nicht, aber Neidwischen macht nicht wirklich hell, wenn ich da fliege. Nein, der steht jetzt da ab. Und das ist hier so gut. Nix. Apa? Alles gut. Ich kriege das. Das ist jetzt. Da ist es so süßer, was wir bei dir machen. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Ok, da hat irgendein Vorzugswissen am blauen Hügel hinten. Ein roter Little Badge über der Zone. Der ist sehr hoch. Dreht weg Richtung Rot wieder. Schießt du an mir vorbei, da mit Tracer? Nein. Oh, da landet er im Fluss, gerade bei der Garage. Ich sehe es, ich sehe es. Naja, dann war er es nicht. Blauer Mocher kommt an der Kreuzung und er dissingt so hart. Ist er schon da offen, oder? Nein, ich fliege ihn ja rein angeblich, er ist halt gestanden in der Luft, er ist angeblich gestanden. Wenn ich nicht so viel Boden brachte. Ein Gefäle. Von Blau ist auch noch irgendein Autokummer. Dann müsste das beim Steinegel sein. Ein Gefäle. Er ist sich null Ziele die ganze Zeit, jetzt haben wir bei uns, ja die Fliegen natürlich falsch schauen. Ich frage es eh, ob die überhaupt noch lebt. Ah, der ist schon tot. Wenn es halt ein Minifischschügel ist, ist einer oben da. Ja, ich glaube da steht einer. Ja, Minifischschügel ist einer. Den müsst ihr aber gleich sprengen. Da. Schon. Links vom 119er kommt jetzt gleich irgendein Heli entlang von Rot. Ja, ein Chinook. Ich häng mich hinter ihm. Da wo ich bin. Und am roten Hafen ist glaube ich auch schon irgendein Helikopter. Ja, der landet. Oh, den hab ich. Den müsste ich haben. Endlich wieder so. Halb doch wie Fail. Unter mir jetzt. Ich kann nicht grad schauen. Ich häng mich grad hinter dem. Was für ein Fail. Ah, du crash mich nicht, du Krattler. Das ist klar. Gino geht da an, der Spring in eine Heli. In der Nähe von der Villa müssten einige Leute rumlaufen. Okay. Ja. Ist er dort gelandet oder was? Ja. Pacer auf dich. Auf mich? Ich weiß nicht. Nein, das ist unser Pony, der da auch irgendwas schießt. Hinten am Castle. Mal. Mal. Irgendein Kleiner Vogel über der Zone. Direkt Richtung geschlossener Eiser Mohawk. Um. Mal. Ja, ja. Einfach. Hast du schon getroffen? Nein, geht an. Ich hab ihn nicht getroffen. Lol, ich hab irgendwie da einen Kill gemacht. Mal. Jemand ist der ob's ... Mal. 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 Ich hab ihn doch gemacht. Ich bin los. Mal. Mal. auf dem Bürogebäude gelandet. Ist er tatsächlich nicht oben gehandelt? Ja. Ich bin so schlecht. Ja, er ist oben. Wahnsinn, was jetzt heimflieg. So komisch verkrampft. Ich mach nur jetzt ein... Das ist ein Weide tot, oder? Ein Bürogebäude? Nein, nein. Der andere lebt definitiv. Was? Also... Ich mein, dass er tot ist. Hast du zwei gekillt am Bürogebäude? Nein, habe ich auch keinen gekillt. Das ist lustig gewesen. Ich lasse jetzt auch nicht mehr eine Rocket. Der hat gemobbt. Er lebt def. Er lebt def. Jetzt nehmen wir. Jetzt ist er tot. Morg, Basketballplatz. Gelandet aus? Hobby. Zerstört. Müsste ich zerstört haben. Er ist explodiert. Da war irgendein Laserpointer gerade vom Flockenopferhügel. Ey, ich seh' ihn wieder. Der sitzt da vom Heli drauf. Vor mir. Zwei Laserpointer vor mir. Ja, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Der will landen, der will landen, der will landen, der will landen. Das sind die allerbesten. Hast du schon gut getroffen. Der geht runter. Ja. Oder? Nein, ich hab' dir raus. Der springt raus. Der springt raus. Das war's. Ich hab' ihn gefinischt. Der pflückt zum auf, tanken. Schön. Ja, tut du. Ich muss jetzt endlich mal schauen, welche Commands das sind, wo ich mir die ganze Zeit das Ding verstehe. Ich versteh' es nicht. Es geht nur um die Höhe vom Crosshair in vertikaler Richtung. Warte, ich schau' mal, ob ich's bei mir find. Ey, das muss eigentlich, das kann ja nur Look Up sein. Oder anders kann's ja nicht sein. Unter View. Unter View. Look Up. Nein, das Look Up ist, dass ich da, 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 da. Du hast einfach den... Also, ich hab' nur das Look Up belegt. Achso, Look Up. Ja, warte einmal. Nur das hab' ich belegt mit dem Tracer. Ich hab' sogar nur mit dem Tracer kann ich oben runterschauen im Helikopter. Look Center Look ist number 5 einfach. Okay, warte einmal. Ja, aber dann hätt', dann ist von Amph, dann ist, äh... das Problem ist, es ist ja nur im Zoom nicht zentral, ja? Dann wär's ja generell nicht, äh... nicht in der Mitte, das Crosshair. Das Problem, ich hab's ja nur im Zoom, das Problem. Nein. Nein, das kann nicht sein, also... Ja, es ist, es ist auch so. Das... Ja, aber, oder, oder, wie weit geht's nach unten, das Crosshair? Ist viel oder ist wenig? Es ist, äh, sag' ich mal, um die Hälfte nach unten verrutscht. Also, es ist schon spürbar. Die rote Insights sollten wir jetzt abfangen, oder generell die Insights wären jetzt wichtig. Hast du schon einen Mohawk? Ja, ja, ich hab' ihn schon. Der geht schon down. Der legt aber aus. Der, der Explorierer, der notlandet, gell? Der Mohawk? Ja, der ist rotgelandet. Irgendwann nicht. Dort, wo ich grad hinschieße, ja. Scheiße, irgendwas, okay. Da ist er. Links daneben sind nur welche auf der Strassen gewesen. Andere Strassenseite. Die liegt ja noch mitten um, am, 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 neben der Strassen. Ich glaub' der Ding hat den gerade geholte Jens. Ja, der ist eingeschlagen, auf jeden Fall. Der Heli steht noch immer da. Bleist, was sich jetzt verheirt Wir waren bei dem Schrottauto beim Friedhof, jetzt war ich gekillt. Nice. Gesehen oder random einfach probiert? Nein, ich habe es gesehen. Also random schieße ich bloß rein, wenn ich schnell entleeren muss. Ja, ja, ja. Ah, unter mir Auto von Blau, fahrt Richtung Bergerbrücke. Ist schon weit? Ja, ist schon ziemlich weit vorne. Ist jetzt genau, ist gleich unter mir. Ist stehen bleiben an der letzten Villa vor der Bergerbrücke von Blau kommend. Ah, Auto ist, ich könnte SUV gewesen sein. Oh, ich habe es nicht gesehen. Sportweg, die sind wahrscheinlich in Apfelhain reingelaufen. Warte mal, ich schieße da hin, damit du weißt, wo ich meine. Da ist das Auto und die sind wahrscheinlich von dort aus nach rechts weggelaufen, vermute ich mal. Scheiße. Die werden im Apfelhain drinnen sein. Die werden im Apfelhain drinnen sein. Hundertprozentig. Die werden im Apfelhain drinnen sein. Das Fahrzeug ist down. Ich habe glaube ich auch in Apfelhain laufen. Ich bin mir nicht sicher. Da kommt nur ein Auto. Jetzt unter mir. Ural. Auch blaue Straße. Blaue Straße, Standard. Fettnarrer, Donald, Standard. Ist ich ein Hummingbird? Ich habe gerade rauslassen. Bei der Baustelle auf blau. Habe ich ausgeschalten. Hast du nur ein? Ich habe nur gesäbelt. Er steht, müsst in der Nähe. Hast du dich gefahren? Ich muss mal getroffen. Ich weiß nicht was. Ich habe keinen Piepsen gehört. Dich hat etwas getroffen, oder? Ja. Entweder Pony oder Tank oder so was. Keine Ahnung. Aber ich lande. Ich bin irgendwo reingeflogen. Ich weiß nicht. Bist du tot, oder was? Nein, nein. Ich repariere gerade. Vielleicht hast du die Leitungen gestriffen. Nein, vielleicht. rechts. Auf blau hinten schießt irgendwas. Ich sehe einen der. Ah ok. Blau hinten steht einer. Links vom Hügel oben ziemlich weit. Also direkt neben der. Er schießt schon auf mich. Ich weiß was du meinst. Auf alle Fälle. Auf dem hohen Hügel links neben der Straße. Wenn du blau rausfahren willst. Ja. Er steht ganz oben auf der Kuppe. Oder links eher. Er hat in Richtung rot rüber geschossen. Gerade wo ich geschaut habe. Deswegen habe ich den Tracer gesehen. Ich müsste es mal easy specken können vom Indyhügel. Eigentlich ja. Aber ich glaube besser wäre es so ein Minifisch. Ich werde kurz so ein Minifisch landen. Ok. Wenn ich mir das einmal kurz anschauen. Ok. Ah Moog. Blau kommt gerade rein. Ich bin auch im Bohnen. Ich kann mir das jetzt anbeschneiden. Ja. Ich sehe das. Ich sehe es. Du siehst es? Ja. Links auf dem Hügel. Ich müsste es sagen ich mache. Wo ist denn du? Ich bin auf dem Indyhügel. Am Indystandardhügel? Da bin ich. Ja und der ist blau. Wie siehst du denn und ich sehe den nicht? Oben. Sehr schön. Ich verstehe nicht wie ich den nicht. Der war auf der Rückseite von dem Hügel. Vielleicht war der. Ah ok. Der weiße. Blau von Krudlein. Wo? Ich gehe zurück in die Base. Wie weit ist er schon? Ist schon tatsächlich so. Ok. Ich muss mich im Monitor putzen. Ich habe so viele Flecken. Ein Bildschirm, dass ich teilweise nicht weiß ob das irgendein Dott ist. Irgendwas. Also wir müssen uns eigentlich nur auf die roten Insel konzentrieren. Das sind die mehreren Leute. Das sind wahrscheinlich nur auf der Rückseite. Hast du irgendwelche Ziele? Ah ne. Ja. Ja. Und da. Das sind die können. Ja. Und ich weiß nicht cool. Oh messed. Putra ich auf. Da ist schon zusammengefallen. Okay, von Rot kommen irgendwelche harten Tracer vom 119er Hügel, links vom 119er Hügel. Fuck, ich bin vielleicht getot. Ja, ist existent unter mir. Ein Tier? Nein, 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 ein Gorgon-Ring, so was auch so. Links vom 119er Hügel, der ist also ein Mini-Hügel mit so einem fetten Stein. Geh es mir gleich an. Oder machst du einen Speck? Nein, nein, ich mache es mit den Rockets. Es sollte disabled sein. Ich bin in der Base, aber ich sehe es auf der Map, wo du bist. Warte mal, ich sage es dir gleich, wenn ich darüber bin. Ah, ich habe auch noch mal fünf Rockets, du musst es eben finischen. Jetzt drüber, jetzt drüber, jetzt drüber. Okay. Da in dem... Oh, das sind die Rufsperrungsleitungen. Da ist ein Typ ausgestiegen und rümmt da zu Fuß herum. Der ist mad auf mich. Ein Marder. Im Marder. Im Marder. Ich mache es schon. Ist schon erledigt, gell? Lass nicht mehr hinfliegen. Er klopft. Er klopft von der roten Inselstraße irgendwo. Fertig ist dann. Okay. HMG North, auf mich schreibt der Flan. Wo ist der? Der Flan ist, glaube ich, vorne gewesen am Friedhof. Die ganze Zeit. Ja, ja, der ist in der Nähe zwischen Friedhof und Zweierbrücke. Also da wird es in der Nähe vom Basketballplatz irgendwo stehen, das HMG. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich frage da gleich, ob es noch da ist. Ich frage da ist, dass ein blauer Mohawk kommt. Das müsste ich machen. Ja, hat schon einen Hit. Hekrotor ist aus. Ich frage da. Ich frage da. Oh, da war voll. Da war voll. Da landet ein Mohawk. Nein, da ist schon gelandet. Grüne Promenade. Okay. 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 And the... Bei der Kirche soll das HMG sein Okay In the trees Das heißt, bei dem Schrottauto irgendwo Ja, dort Leid jetzt mal behaupten Auf der Öse jetzt keiner, wenn ich ihn da jetzt hinlasse Ist Isaac Tracer fliegen? Nicht zum Markt hat er geschrieben Wir haben ein enemy gekillt da Ja, das steht schon da Bei den Schrottautos heißt? Knapp beim Brückenkopf Okay, inzwischen Mauer und Kirche dort, oder? Ja, aber eher Richtung Hauptstraße schon Ja, ich weiß schon, okay Still active, still active Hast du noch Rockets oder nicht mehr? Ich hab noch zwei, ich mach die Kiste, siehst du das? Ich mach's glaube ich gleich selber Nein, es ist ein Schrottauto Ich siehst nicht, fuck Doch, ich glaube es war's Ich sehe die trees, ihr schießt genau in meine Richtung Ich hab's gesehen Mit Auflagen Glück vom Wasser aus, oder? Ich glaube der Ding hat's gehört Ich lasse, ich mach's schon, ich bin schon da Ja, ich sieg's stehen Nicht da, nein Nein Ich sieg's jetzt nicht, ich bin ja nicht mehr zu rauch Wenn du von innen die auflägst, dann siegst du das ja eh gut Ja, ja, ich hab's Oh, ich hab grad zum Ich hab die Orientierung verloren Wo bin ich grad, oder? Ich komm ja grad nicht mehr raus Scheiß Neidwischen, ich hasse es Haha Du bist bei Rot drüben Es ist leider so viel Rauch, ich sieg's nicht Er wollte sie mich verarschen Da fährt ein anderes Fahrzeug über die Bürgerbrücke Richtung Spital rein Okay Ein Tank? Es war ein Tank sicher Ich hab's nicht vorher Ich hab's nicht vorher für Base upkämpft. Der hat schon wieder abgekommen, fuck. Full-Heming, Bad-Lanending, Football-Field. Full-Heming, Bad-Lanending, Football-Field. Ja, Philipp. Nein. Der war hinterm Fußballfeld, der war an der Villa, glaube ich. Villa oder Promenade? Ja. Wo seid ihr? Da ist einer. Der war an dem Brückenkopf. An der Promenade. Da war einer. Da war einer. Da war einer. Da war einer. Komm ich grad wieder vor. Da war einer. Der ist grad irgendein Jet. Der dreht, dreht. Der ist urlangsam grad über der Zone. Fliegt Richtung Rot raus. Der ist so langsam. Das ist er. Den sollten er machen können das nächste Mal, wenn er da ist. Also an der Promenade unten waren viele Leute, was sagst du? Richtung Villa. Da war einer. Da hat eben der Ammingbord rauslassen. Könnte jetzt im Flussgraben sein. Ich seh immer viel laufen in dem Gort. Bei den Bäumen zwischen Kirche. Hab einen. Da könnten noch mehr hochlaufen. Richtung Brücke hoch. Was die Standardroute hört. Da kommt ein roter Morg. Der geht dir. Na ja. Ich hoffe. Ja. Dann. Die haben gar keine Zeit mehr gehabt zum rausspringen. Da hat auch grad jede Rocket gesessen. Chat kommt zu Indy. Lol. Jetzt bitte desinkt nicht. Nein. Er desinkt halt. Dass halt alles aus ist. Alter. Wo sind jetzt grad bei Grün? So viel verreckt auf einmal. Ah. Ich flieg. Flieg wieder zurück. Aufladen. Hast alles raus gehört gegen den Chat oder was? Ja. Aber knapp. Weil er grad Vollgas gestalt hat in so einen Kilometer Höhe. Er ist grad über einen Mini Fischhügel. Was? Er ist ein intersecter Typ. Er ist die Gefühle. Er ist ein paar Worte. Er sieht nie wieder aus. Er ist ein paar Worte. Er ist ein paar Sekunden. Hey, warum haben wir jetzt auf einmal nur mal zwei Leute, oder was ist denn da los, vier Gegner, zwei, was ist, äh, das ist ganz komisch. Ah, jetzt ist er rot, rot muss ich gerade irgendwo reingelassen, eine volle Wäsch, aber ich weiß halt wo natürlich wieder. Hey, wo landen die immer die roten? Rot kommt gleich bei Mohawk, sehr weit hinten. Hey, ich versteh das nicht, wo die roten die ganze Zeit, hast du schon gehittet? Ja, ja, hab schon gehittet, die müssen schon abstürzen. Leute, es geht not landet. So Schnee? Er steht auf der Straße, er steht, er steht, er steht mit Coalition Lights auf der Straße. Hele ist down. Aber ich hab keinen einzigen Kill bekommen, du? Ich hab Ohren gekriegt. Ich versteh. Richtung Meer! Ja, der ist gerade so langsam, der dreht drüber. Nein! Warte, 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 warte. Er dreht noch immer, er dreht, er dreht, er dreht. Der ist noch nicht, der... Loll, was ist los? Jetzt auch. Warte, wir haben ihn hier oben. Sehr schön. Alter. Ah, Mohawk auf der roten, roten ist Meer draußen. Ziemlich weit draußen, der will landen, der macht Landeanflug. Da, wo er hinten ist, er. Ich siegen. Ich geh aufladen. Ich geh an. Oh! Ich bin fast zu Wasser gestürzt. Ein Meter Höhe noch geflogen. Wenn du nicht in mich reinfliegst. Ja, ja, ja. Kann nichts passieren. Kann gar nichts passieren. Ich sehe sie schon in der 17, oder? Nein, ich bin noch nicht def genug. Hat das mit der Höhe zu tun, oder? Mhm, du musst unter 20 Meter kommen. Bloß in dem Kreis eben sein. Sie können auswählen. Ja, das ist so gut. Ja, der eine kam, wenn wir uns im Meer sind. Der andere ist im Schloss. Nur ein großes Schloss. Und er es snipet. Nur eine es snipet. Und er es snipet. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo sind die roten Faggots? Von rot kommt nix, wir müssen nur auf rot schauen eigentlich. Auto-Börgerbrücke? Ja, HMG-Börgerbrücke. Schon durch? Grot drauf. Ich sehe es. Sollte dies hebelt sein, steht kurz nach der Börgerbrücke an der Kreuzung. Ja, ich sehe es. Was? Aha, okay. Es ist an. Es ist ein. 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 Von rot hebt gerade ein Hummingbird ab. Es ist ein Pony. Es fliegt gerade die Alternativstraße zu blau hinter. Ich habe mich aber schon gesehen. Er dreht über dem Opferhügel. Er fliegt wieder Richtung Base. 1. Der ist ziemlich hoch, oder? Der fliert. Er fliert. Chat, 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 chat. Bei mir. Okay. Über der Zone. Und da ist, fuck, da ist nunmehr Heli gewesen. Ich bin hinter dem Pony. Er fliegt von Rot jetzt ein. Hauptstraße. 30 Meter hoch. Er fliegt Richtung Wasser eher. Ja. Chat, 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 chat doch von blau Richtung Rot nach Rot raus. Hast du noch einen Pony bei dir? Ja, der war mit unserem Pony. Ok, 6 Er dreht … Er steht fast in der Luft. ein paar Tipps bekommen von mir. Ich crash noch. Warum sch... dieser F... ah das war schlecht wenn er... bis zu teppern. Katastrophe. Chat ist auch an mir vorbeizischt. Das war eine Katastrophe gehört. Chat, probieren wir es noch mal. Wenn es mir so hell wird am Chat. Ich probiere ihn noch mal. Da trägt was zwischen... nein da trägt er blau gerade. Fuck. Weil die Wind blühen ist er gerade. Geht Richtung Indie. Dreht. Geht Richtung blau. Nein. Das war knapp. Letzte Burst. Haben wir jetzt irgendwelche Ziele? Nein. Ich habe nichts mehr gesehen. Bloß auf den Chat jetzt geschaut. Okay. Jetzt war es wichtig, dass wir rot draußen halten. Aber wir haben ja... Ja. Ist schon wieder wurscht. Die schaffen es halt immer irgendwo zu inserieren ohne dass wir es sehen. Das ist halt das Problem. Ah ich sehe es. Fuck. Bäm. Bäm. Einstieg in der Fix-Milie, wo ist der Flan? Am Indie-Hügel, ist er gestrandet Am Indie-Hügel? Unser Indie-Hügel? Ja Also nicht direkt in die Hügel, aber da in der Nähe Lass sein Was? Warum? Ich werde da schnell landen Ich bin schon da Ah, du bist da okay Oder ich habe da schon jemanden da Und da rote Insel jetzt hoch Scheiße, noch einer da drunter Uh, der will glaube ich landen Ja, der ist am Landeernflug Landen am Basketballplatz, fuck Komm, 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 komm Chat über uns gerade, Alter, wenn der uns da sieht, der kann Ich bin jetzt abgefangen Nein, er pflückt wieder bei mir drüber, der Jet Da ist der Hasst du einen roten Insel abgefangen? Ja Da wird damex wieder was kommen, gell Der Jet-Tipp weg Da hieß schon wieder was Oder sind viel gestorben von uns gerade? Chat über mich drüber, kommt wieder zur Base... äh, zur Zone nicht. Eher außerseitig. Jetzt beim Kausl. Er ist eigentlich noch oben drin, ja. Ah, da ist zu steil über mir. Fuck my life. Ich bin ja zum snipen. Ah, ich bin rausgeschossen worden. Was von was? Ja, von einem... Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein random luckshot in den Schockpit. Das fliegt gerade von blau in die Zone. Der Jet ist gerade über Standort in die Hügel. Dreht überall in die Windmühlen. Okay. 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 Ich bin noch kein einziges Mal gelockt worden, seitdem ich fliege. War der ist lang. War der ist lang schon gerade. Ja, ja, ja. Der Fucker muss jetzt mal sterben. Alternativstraße von Rot steht irgendjemandan GMG oder sowas. Von Rot? Wo mein'r vorbeigeflogen ist. Von... Was? Also dieser Feldweg, dieser Feldweg, der zum Monster-Turm führt, mitten auf der Strasse. Entlang vom roten Ohr Opferhügel meinst du das? Ich weiß nicht, was du meinst. Tracer von... harte Tracer von... Da steht ein... Fuck, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Was denn? Das ist ein Tier, da wo ich gerade hinschieße. Das ist genau der Tier, genau der Tier! Ich glaub das ist ein Anti-Air sogar, irgendein härteres Gefährt. Jaja, das Anti-Air-Knappkicks! Das ist gedamaged aber, glaub ich. Typ ist ausgestiegen. Typ dead. Tankdown, sehr schön, sehr schön. Ich hab dich fast mitgesprengt, ich weiß. Naja, ich hab die Rockets schon vorbeifliegen gesehen. Aber das war ein Anti-Air, glaub ich, gell? Bin ich hinter dir ganz... Es kommt auf uns. Nein... Achtung, ich bin unter dir! Zeig mal links weg! Komma, ihr... Kerl, Snipe-Luck. Ich bin leer. Ja. 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 Ich bin leer. Ja.... Okay. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot! Servus, grüß dich! Grüß dich! Da bist du! Ich steh neben dir! Ich repariere mal schön den Aussäub. Das ist mir zu teuer in der Repair-Song. Das ist eine Woche die Preise da drinnen. Na die Oma ist schön an der Seite stehen. Mich nett dick machen. Das geht nicht, dass du dich nett dick machst. Sogar mein Pony ist dicker als deiner, glaube ich. Aber sicher. Sonst darfst du nicht reingepassen. Du sitzt ja immer in der Mitten von den beiden Sitzen. Du hast eine Spezialanfertigung mit einem Knüppel in der Mitte. Mit jeder Arschbocken auf einem Sitz. 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 Was macht denn der? Für nen Unterricht Welcher beiden schießt denn der mit der Gatlingang drauf? Was weißt du? Nein Ach Gott Genau in dem... Ist hoch? Ja ist... Nein Nein Wo ist er, wo ist er? Fliegt Richtung 1er Turm Ja ist hier Was für... Welcher Wichser auch immer da genau in dem Moment mit der Ding... Ich meine, abgesehen davon, dass ich gerade am ersten Schars zusammengeflogen bin, aber... Ich werde... Ich werde beschossen... Ich werde... Von der roten Straße... Auf der roten Straße steht irgendwo ein Fahrzeug Ziemlich weit hin Ja ich sie 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 Der Tank Jetzt unter mir Ja ich kann nicht... Ich flieg gerade nur weg... Er schieß gerade nur auf mich Nein Aber K&T ja, oder? Nein Definitiv Tank Main Battle? Okay Kannst du markieren? Nein Ich bin noch am Aufling Auf deiner Kuppe, der Lande der Hand wird oben auf dem Hügel Rechts von dir jetzt Ja halt Ja ja wurscht Mach nur den Tank Ich muss da auf den Hügel laufen Da ist der Glander da Da steht er eh Wo ist dieser scheiß Tank hier gefahren? Genau unter mir sitzt er Ich zieg den Tank nicht mehr Auf dem Hügel der... Wenn du jetzt Richtung Rot hinterfliegen würdest rechts ist, ja? Da steht er... Ich seg wo du bist Ein Hummingbird drauf Ich seg ihn stehen da Ich seg's... Nummer Tracer Der Heli ist da und da müsste irgendwo ein Typ sein in der Nähe Ich hab's gar nicht gesehen Vor mir ist ein kleiner Vogel Richtung Rot Fliegt da rein Hummingbird vermutlich Ist schon ziemlich weit vorne Relativ niedrig aber Jaja der ist niedrig Der will landen Ja Warte ich höre noch gleich Dann Ich seg einen Tank Wir fahren Richtung Indien raus Ähm... Normale Straße die mir... Unsere Alternativstraße Wir fahren unsere Alternativstraße hinter Ja Rechts von Windmühlen raus Ja Blau Ich brauche jetzt hier Ok ich seg's Sehr schön aus Lol Nein Irgendwann habe ich gekillt Aber den Tank noch nicht Ja der steht noch dort Ich werde gelockt Er steht noch dort Das ist der Main Battle Tank Ja ich lande auf Indie Hügel und mache mit Ja ich komm auch mit Aber der wird... Du musst aufpassen mit dem Landnis Gell das... Ich hoffe ich habe jetzt noch einen Schuss dabei Oh einen habe ich noch Aufhörer Ja ich hab mir da... Ich hab' mein Heli wieder gedamaged Natürlich Alles... Alles grad Siegste nur? Ja mein Heli ist exportiert gekommen Alter Was hat sich wieder ausgezahlt Ich seh da zwei Typen laufen und dann links von einem brennenden Frag da unten. Ja, aber ich seh den Tank. Ich seh irgendwas stehen. Doch, ich seh ihn. Wo ungefähr? Vom brennenden Brack aus? Links, rechts? Beim Bürogebäude, beim Indy, beim zweiten Indy-Gebäude. Er fährt hinten auf der Hauptstraße. Dreck, ich seh ihn. Ich bin geheilt worden. Da schießt was her zu uns, hat Tank oder irgendwas. Muttscher PG, der da an meinen Helix springt. Das war ein anderer Tank, das war nicht zu uns drei Kopf. Nein, 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 das war ich nicht, das war sie schon. Der ist aber blau. Ja, ich bin von blau geheilt worden. Das war ich nicht, das war ich nicht, das war ich nicht. Der hat, wie gesagt... Black Locked, gedocht. Hast du noch Rockets dabei? 8D. Nein, 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 AT Rockets, Launcher. Nein, gar nichts mehr. Blau hat ein MBT stehen, also wie gesagt... Ja, bei Blau hat es gerade, du musst zerrissen hinten auf dem Hügel. Warte mal, ich schau kurz, ob du... Vielleicht ist der gerade gestorben? Nein. Wo ist... Gehst du rearmen? Ich gehe rearmen, ja. AT und Pony. Ich stelle mir mal Minifish und schaue mal, ob ich ihn irgendwo sehe. Ich habe gerade so, ich die krassen Legs, was ist losgegangen? Der Mucher-PG hat Disconnected, ich glaube, der hat dich gekillt, oder? Ja? Ja. Der ist weg, oder? Der ist Disconnected. Okay, dann ist dein Kind fällig. Da brauche ich nicht landen. Da brauche ich nicht alles genauer gemacht. Ich frage jetzt eher, ob der Tank der in der Zone drinnen war, noch lebt. Der ist Richtung Rot weggefahren. Ja? Ist es geflogen oder alles? Er ist zumindest dahinter gefahren. Also in der Zone Richtung Rot gefahren. Entschuldigung, am 1. Turm ist was drauf. Ja. Haben wir ihn? Da brennt was hinten Richtung Rote Inselstraße. Ich glaube da kommt der Tanker wieder. Naht oder naht? Okay, jetzt kommt der Autotie in Kinn. Ja, schon. Ich habe auch ein Rocket oben reingeschossen, es ist nichts passiert, könnte aber trotzdem überlebt haben oben. Der obendrauf liegt, den Z-Flex von Opfer auf der Reden. Auf der rechten vorderen Seite. Ah, vorbeigeschossen mein Rocket. Blauer Moor kommt relativ hoch, über die Standardstraße entlang. Ich glaube das war unser Porni bei mir. Ich muss den Typen noch schnell finishen, da haben wir unser Turm. Kann nicht sein. Blauer Moor geht down. Hoppen. Da landen noch. Die kommt neben dem Steinhügel auf der Straße. Okay, von der Straße ist sicher ein Rocket kommen, oder? Ja, vom Steinhügel. Also neben dem Steinhügel auf der Hauptstraße. Okay. Ungefähr auf halber Höhe vom Steinhügel. Bin komplett rot. Ja, da ist ein Vortrag zumindest. Ja, da ist ein Vortrag zumindest. Von Steine. Ja, da ist ein Vortrag. Da ist ein Vortrag. Von Steinhügel. Da ist ein Vortrag. Dann auch raus ему wieder ein. Ja, da ist ein Vortrag. Und da sind noch mit dem Treinhügel. Bist du wieder in hier? Ja, ich muss jetzt den Rocket zum Verschengen. Ah, ich sehe ihn schießen, ich weiß wo er ist. Was ist ein Typ? Ja, ich weiß genau wo er ist. Er ist tot. Nice. Tracer sind schon eine blöde Geschichte. Am Strand landet eine Villa, 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 Villa. Komm mit den Rocket. Ja, ich bin auf dem Weg zur Base zurück. Alles dann. Schön. Ja, ich bin auf dem Weg. Das ist ein Typ? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich fließe den Topfen zusammen teilweise bei den Das nächste Mal wenn du es reparierst kannst du mal einen Freund oder noch was probieren Kannst du mal in einen Stream reingehen im Windows Was soll ich machen? Ich stream die ganze Zeit Was soll ich machen? Auf Twitch oder wo? Ja Und schreibst mal was in den Chat drin Kann ich machen Was soll ich machen? So Ich nehme die ganze Zeit Irgendwas ist doch gerade, da landen gerade durch, warum haben wir jetzt wieder gar keine Leid in der Zone, das gibt es ja nicht recht. Da landen hinter dem Fußballfeld mehr, wenn ich da noch Fahrschirmspringer, gell? Hast du Ohren gekillt? Nein, 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 keinen. Nein, das ist am Dach da gelandet, das kann ich dir nicht beschreiben. Kannst du dir nicht beschreiben. Ich kann es mir schon vorstellen, wo ... Aber dass wir noch keinen Schaden machen, das ist ja außerhalb der Zone. Da rein. Am Strand unten sind nur Leute und wird beschossen. Was ich gleich neben dem ... Okay, da war nur einer scheinbar. Nevermind. Den habe ich schon gekillt. Im Einzerturm unten drinnen sind welche im ... Ich glaube, es ist nur noch an der Promenade. Oder es waren unsere Leute. Hä? Hip would like to kick, forget you. Ist halt einer mad auf dich. What's your ... Madness ... Aha, der nächste. Voila. Stopped spamming in the chat. Ja. Achso, das sind die anderen damit gemeint. Von Blau kommt der Moog. Noch weit hinten. Full-HB-Football-Field. Alter, ich raste noch aus. Alter, was ist denn los? So. Da ist er. Ja, es ... Das war ... No. Da ist die Rockets, hast du aufs Fußballfeld. Ich hab nichts, ich bin über dir. Okay. Ich bleib unten. Ja, ich flieg links bissl. Ich hab's kummer sehen. Ey, ist der behindert ... Ich hab's kummer sehen. Ich hab's kummer sehen. Wtf ... Sorry. Jetzt schau mal schnell den Streamer. Wir sind nicht zu dritt. Wir sind jetzt noch ganz zugeflogen. Und ich hab's kummer sehen, dass er die crasht. Aber ... Null Viewer. Jetzt hast du einen. Juhu ... Schreien wir uns in den Chat bitte rein. Irgendwas ... Aber Prinz. Ah passt ok. Was ist der Typ? Warte mal. Jetzt hat er sie schon gekauft. Salz, Neger! Schaut gut aus. Das muss richtig angenehm jetzt zeigen. Die Stimme hörst. Ich wollte schon den... Ich habe vor allem nicht mehr gescheit ausweichen können. Ich war im Landeanflug und war schon voll vom Gas unten. Ich hätte nicht einmal gescheit mehr wegziehen können. Ich wollte gerade die Kurven einfliegen Richtung Repair Pad. Das ist irgendwas über der Zone. Im Castle. Ich hätte ihn schon raus lassen. Da landen voll viel in der Nähe von dem unteren Indie Bürogebäude. Und er landet neben dem Castle. Auf Indie Seite. Mach ich. Am Castle oben? Nein, unten. Am Gestein. Schau mal wie ein Sieg. Eisigen. Der Minigun. Easy. rotシャーン. Rot-Gen. 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 Vor allem der Insetz. Die wird gelockt. Die wird gelockt. Die wird gelockt. Ich wird gelockt. Der wird gelockt. WG am Strand. Dann bei Rot. Das wird grausig. Der Ding fliegt mir schon wieder entgegen. Nein, es kommt der Armingbird-Insert. Nein! Oh Gott. Oh, er landet immer nur. Und nicht crashen natürlich. Freilich. Streamen rennt ja eigentlich nicht so schlecht, oder? Ja, läuft gut, ja. Jetzt kommt gerade ein Heli nach dem anderen rein, wo ich stehe. Rote Mohawk kommt auch gerade. Schießt da Chimchi in der Zone, ist das von uns? Ja, ist das von uns, ja. Nein, für das erste Mal gelockt werden, ist das so schlimm. Okay. Ich werde wieder beschossen. Ich habe hier genommen mit einer Spreizpistolen. Und dann... About two enemies up here. Das ist... ... ... ... ... ... ... ... ... Naja, ab in die Base, ich kann mich eigentlich nur mehr eigener aufhalten. So, ich weiß, was ich nicht mehr leicht zu machen. Ah, das ist ja gut. Lass sie. Sie ist auf mir. Von Rot und Darmingbert, hoch. Ah scheiße, bist du in der Base? Nö. Der baut recht viel aus. Dann Snack in dir. Ne, ich bin am Boni, ich bin am Regen. Ja, Rot hat gerade Leute verloren, es sind nur 13 Leute. 3 raus. 3 raus. Okay, passt. Wir wären in der Nähe von der Baustellung. Okay. Ein Chat von Rot. Unserer. Ich bin kurz gelockt worden. Am Strand ist einer. Und Rot kommt der Hummingbert hoch, sehr sehr hoch hinten an der Base. Ja, da waren zwei. Ebenlos. Gertaucht runter und ist gecrashed. Alles klar. Da kommt ein roter Hummingbert am Wasser entlang. Blaumurg ist auch über der Zone. Habe da rausgeschossen und zwei Leute rausgeschossen aus dem Heli mit dem Minigun. Heli ist down. Ja, morgen ist er dann. Blau hat gerade hart installiert irgendwie. Haben wir Vorsicht da stehen. Ja, das ist unseres, das der Tracer hat. Am Spitalzwiegel glaube ich so einer mit der Zaphir. Wie am HMG am Anfang Opferhügel stehen. Klick einmal auftanken. Auftanken musst du sogar. Oder meinst du im Sinne von Munition? Ich meine im Sinne von Rockets aufladen. Ja, ok. Also Benzin ist mir noch sehr selten erst ausgegangen. Aber es ist auch schon vorkommen. Nein, es ist eigentlich noch nie vorkommen. Hinter mir, Pomme. Schaust noch? Dann komm ich noch mal. Noch habe ich Benzin. Jetzt sind wir mit rüber. Wir sehen. Jetzt vor mir. Vielleicht Richtung Kassel. Dreht grüner Hafen Richtung Windmühlen. Jo. WTF. Das Racer so haut in die Zone. Von uns aber. Der Jet. Siegst du ein Heli? Nein. Ich glaube, er ist Richtung grüner Hafen raus. Ja. Bleibt Richtung Garage. Richtung Rot. Bleibt tief über den Tritt links. Beruhgebäude. Signal, 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 Signal. Ich habe ihn ausgeschossen. Schön. Heli dann? Noch nicht. Vielleicht hast du nur einen Beifahrer ausgeschossen. Siehst du ihn noch fliegen? Nein. Du hast keinen Heli-Kill bekommen. Nein, bloß einen Heli-Kill. Dann lebt er noch. Dann hast du nur einen Pilot, einen Beifahrer ausgeschossen. Aber ich meine, dass er da gecrasht ist. Der Prinzer. Okay. Komisch. Vielleicht einfach nur ein Bug. Naja. Wäre nicht der Erste in einem. Schauen wir mal. Blau ist gerade ziemlich Akku in der Zone. Was ist mit denen? Dann fangen wir los. Ich geh mir gerade Nüsse aus, wo ich gerade hier oben fliege. Mit dem Spital bin ich. Von Blatt und Mohawk. Nein, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, so schlecht. Oh, Bäm. Bäm, 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 Bäm. Das war unverdient eigentlich für das, dass ich so schlechter geflogen bin gerade. Nein, ich sehe es doch mal im Stream. Hast du am zweiten Bildschirm offen, oder? Nein, ich habe gerade noch mehr rausgetappt. Ich habe nur noch am Bildschirm. Hast du es gerade gesehen aus dem Kill? Ja, ich habe es gerade noch gesehen, wie du es hinterlegt hast. Ja, aber vorher war furchtbar. Um, um, um. Um, um, um. Blau kommt irgendein kleiner Vogel rein. Der will am Stein hüllen. Was hat denn der vor? Oh, der will landen oder das? Oh, der ist gelauncht worden, glaube ich. Ich seh den Little Bird. Er fliegt noch ein bisschen weiter Richtung Zone. Er ist vor mir, er ist vor mir. Urlangsam. Ich krieg keine Achtung. Nein, nein, salzi. Boah, ich hab nur mehr hochgezogen. Er steht dort jetzt. Er ist... Dann werde ich ausgeschlagen. Heli ist down. Ihr habt keinen Kill bekommen. Hast du? Nein, nein, nein. Ich hab mir über Leckler gesehen. In welche Richtung? Runter. Da einfach. Habe ich die GT-Re-Match gerade? Nein. Passt. Tracer hinter mir. Ich bin gelockt worden. Von dem Typen. Du musst mir jetzt helfen. Auf dem Minifisch. Ah, es ist unten auf dem Minifisch. Der Typ hat mich gelockt, der da ausgeschlagen ist. Ja, ich suche. Na, ich... Loll. Ich sehe ihn da nicht. Fakt er hat volle Sicht zu her, wo ich bin. Nein, ich sehe ihn nicht. Nein, ich schau gerade. Ich schau gerade, ob er ihn findet. Siehst du, wo ich bin? Ja. Ja. Also, die Schneise von einem brennenden Helifark zu mir hin. Da muss er irgendwie sein. In dem Bereich, weil er hat auf mich nur geschossen. Am Schluss. Mit Gun noch. Da hat er sich einen Lauf, er kommt zu dir. Wie weit ist er schon da? Und er kannst er machen. Schön. Schön. War zu vorhersehbar, was er macht. Ja, ich sehe ihn auch viel rot. Schauen, ob er das noch sieht. Ich finde... Ah ja. Es fährt ja natürlich die Straße entlang. Jetzt birgt es ab. Es fährt ja hin. Weil es ist unseres. Wir haben keinen Tiefmacht. Wir haben einen GMG, oder? Nein, wir haben keinen GMG. Ich schau kurz. Wir haben einen GMG. Doch. Wir haben einen in der Zone. Aber nicht beim... Jetzt ist gerade Hauptplatz. Vierer Turm. Fuck. Vierer Turm Richtung... Das ist anders. Ich sehe es einfach nicht. Naja, das Ding habe ich zerstört. Und einen Typen von uns habe ich auch noch gesprengt. Der Rootstone, wie ich mit dem Crash bin. Really? Muss ich noch schnell landen. Ich bin so blöd in den Strotnack geflogen. Na. Bis du jetzt ge... Bin ich gecrasht. Ich bin so blöd in den Strotnack geflogen. Bis... Ich kaufe einem ein Ding. Einen Hummingbird. Den habe ich noch von vorhin dort stehen. Ich hoffe, der ist noch. Steht der noch da überhaupt? Meiner, der von vorhin? Oder ist der schon despaunt? Fuck der ist schon despaunt. Ich kann ihn mal kaufen. Ich kann ihn mal kaufen. Ich kann ihn mal kaufen. Nein, meine Schiene. Warte, 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 warte. Wo ist es? Meine Schiene da! Was, 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 was? Oder hast du ihn schon gekauft? Nein, noch nicht. Ich schiene doch da. Wenn ich mich vorher schon für einen gekauft habe, dann hat er sich ihren eigenen gekauft. Keiner von Rot in der Zone. Ja, Rot ist ausgeschleppt und wir sind... Wir sollten uns jetzt beeilen. Achso, wegen Inset Monsters? Ja. Ah, da gibt es keine Stats auf dem Server. Ja, da gibt es keine Stats. Rot hat gerade einen Mini-Inset schon gehabt. Sind schon 2 Leute in der Zone wieder. Könnte der Fahrzeug gewesen... Die Straße ist sauber. Ja, der könnte vielleicht schon vorne stehen am Bürogebäude. Wenn du jetzt hinfliegst, kannst du von deiner Richtung aus. Vielleicht sind die gerade angekommen. Dann haben wir mit einem Quote irgendwas. Bleistar sich der Dox-Server aus. Salz, ich bleibe unten. Was ist los? Salz, ich bleibe unten, habe ich gesagt. Achso. Rot immer noch nix. Blau... Blau? Rot hat gerade etwas kommen müssen. Zumindest sind es mehrere Orientationen als Rot noch eben. Einser, der Turm schaut frei aus. Am Spital läuft einer oben beim Helipad bei der Treppe. Weißt du schon? Ja, er weiß schon was los. Richtig. Rechts von mir ein Little Bird. Achtung, ich komme hin. Da war irgendein Little Bird. Genau von mir, genau von mir ist er. Genau von mir. Wo ist er? Vor mir. Welche Gläser? Der desingt hart. Der desingt hart. Der desingt hart. Ich lasse ihn nur. Ich habe zwei gespringt. Schön. Der am Spital lebt übrigens noch. In der Nähe von... Ok. Dann hol ich mir den noch. Ey, ich sehe ihn stehen. Warte mal, ich haut noch. Da an dem Catwalk. Lieb. Da wo ich reinschieße. Ich sehe ihn auch. Angeblich kill ich ihn nicht. Du hast ihn auch gekillt, oder? Nein, angeblich ist mein Engine orange. Ja, ich meine auch. Was zum Teufel. Jetzt hast du noch. Oder irgendein. Ja, ja. Irgendwas bränzelt auf mich. Ah, die Straße. Da kommt was. Bleue Straße. Zwei Autos. Vor der Kreuzer noch. Der blau hinten also, oder wie? Ja. Ein Fahrzeug dann. Eines ist schon durch. Richtung Steinhügel schon. Hedgepick. Boah, was ich mir bei diesen aufgehalten habe. Ehm, schaut so aus, ja. Versteht. Dann. Ja. Blick nach rechts. Ich bin am Steinhügel. Ehm, Mohawk hinten beim Castle. Tief. Richtig, rotseitig? Beim Castle hinten schon. Ah, sicher, 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 sicher. Da wo ich landen glaube ich. Ja. Und da fährt auch GMG unten rum. Jetzt gleich beim Dreierturm. Mohawk hat Hitz. Achtung. Jetzt hast du mein Engine rausgeschossen. Echt jetzt? Nein, nein. Ich fliege noch. Wo? GMG war ein Dreier, oder was? Nein, Dreierturm, ja. Ich muss zur Base und Sprit holen. GMG, Dreier, wo bist du, wo bist du, wo bist du, GMG? Hoch über der Zone. Hoch. Ist GMG im Dreier? Ja, sicher. Ja, sicher, dass. Okay, muss ich hier. Ich hab mich reinzelt, der Moog geht da und ich reparieren. Kill Assists. Bist du in DBs gekommen eigentlich? Ja. Bist du in DBs gekommen. Bist du in DBs gekommen Isst du in DBs gekommen? Bist du in DBs gekommen? Nie, ich kken. Igen. Döne. Auch ich habe ein paar courbeschen. Bist du in DBs gekommen. Okay, okay. Tracer vom Opferhügel, glaube ich, das kann unser Gefährt sein, oder unsere Typen. Ja, das ist unser Gefährt. Unser Jet schießt gerade in die Sonne rein, mein Tracer. An der Rote Straße, ich bin rausgeschossen worden. Okay. Ich bin direkt... Wie weit hinten, wie weit hinten noch? Ziemlich weit. Okay, dann lande Standort irgendwie. Allerdings auf der Hauptstraße. Ja, aber das wird nicht mal lange dort fahren. Ich bin direkt, die Comeskirche. Schöinlich. Noch keine Sicht. Mein Heal ist knapp dahinter gecrashed. Ok, ich seh das Fack dahinten. Das könnte noch hinter der Kuppe sein. Rein theoretisch. Ich seh das Fack von dir brennen, aber ich seh sonst gar nichts. Ich hab's gerade nicht gesehen vom Indie-Hügel aus. Ok. Warte mal. Er hat aber gerade irgendwas... Also ich will an deiner Stelle am Castle landen, aus dem der Senk geht oder neben dem Turm auf die Mauer hochgehen, dann sollte es das gut sein. Also dann musst du es eigentlich fast sehen können. Weißt du wo ich meine? Ja, ja. Wer hat der Ewen killed überhaupt? Weißt du wie das war? Äh, na, ich weiß nicht, dass wir nicht. Ich hab' ich sechs. Ja, ich hab' ich sechs stehen. Bewegen. Done. So schön. Vincent. Und so wird's nichts mehr gesehen. Und so wird's nichts mehr gesehen. Das sind auf der rechten Seite eher vom Opfer. Das ist unser GMG. Das schießt auf mich gerade irgendwas oder wenn wir das... Mohawk über mir! Er hat's schon rauslassen, war ein blauer Mohawk. Geht der da an? Der geht da an, oder? Cayman, Cayman blau. Cayman blau? Ja, kleiner Zone. Der Rage Cloud Ultra hat neu. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Richtung Wassertief. Ja, sieht, 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 sieht. Er ist gelanscht worden. Nein, schaut nicht so aus. Der hat noch ziemlich Schub. Der ist nicht gelanscht worden, Salze. Okay. Jetzt hab ich noch mal getroffen. Ich hab gemeint. Er ist dran. Ja. Unser Jet. Rot könnte rein theoretisch ein Ding kommen in der Insel. Da ist kein einzig in der Zone. Da ist ziemlich viel Smoke bei der Baustelle. Okay. Blaue Straße schaut frei aus. Was, wo ist es für Smoke? Baustelle oder was? Ja. Ja. Aber ich glaub, es war bloß, war bloß was gelohntes. Es war kein Fahrzeug, das sich da gesmogt hat. Ah, das erkennst eindeutig den Smoke von einem Fahrzeug. Wer gelockt. Gedodged. Wer da gelockt. Nicht gedodged. Ich glaub das war vom Opferhügel. Oh, oh. Es wird kreisig. Oh, oh, oh. Jetzt kommt das Stück. Ich glaube das Stück. Es wird kreisig. Also kommt das Stück. Ich gebe das Stück. Ja, daumen. Von blau kommt er in der Little Bird, recht weit hinten, kommt er zuerst aus der Base raus. Hoch, tief? Tief. Er sind zwei, Manni. Er sind zwei. Wo, wo, wo? Schon raus? Der Hanni, der Hanni wurde schon vorbei am Steinhügel. Ah, ich sehe nicht, der will landen. Und dahinter kommt noch Ghosthawk, äh, ein Hellcat. Ok, der ist gecrashed unter mir. Der Hellcat kommt jetzt auch noch von blau. Rage-Gradulationen. Hoch, Steinhügel. Die haben wieder gecrashed. Was, was ist mit den Leuten los? Beide Hellis crashen neben mir. Tja, roter Moog. Lass gerade reinspringen. Beide Hellis crashen. Aha. Ah, ich werde mal einen Punkt bekommen Am Basketballplatz, zwei, okay, die sind tot, die habe ich noch gekriegt Da ist nur einer, ups, oder? Ein Vorzeug, Ura, ich habe gekommen Wo ist? Am Basketballplatz Scheiße, sie gehe auch, Scheiße, nur der Rauch im Weg Ist dann Plus Typ ist auch dann Ah, blauer Mauer kommt Da sprengen die Urviele ab hinten, es fliegt gleich in blau raus Wo sprengen die ab? Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es Okay, den einen spreng ich Auf einmal, ja, den einen habe ich gesprengt, der andere landet an der Hauptstraße Ja, dann mache ich, den anderen an der Hauptstraße mache ich Hauptstraße tot Und ich crash ihn Ihm vorstehen, was? Ja Noob Ich mache so viel Schmonheit Muss mich gleich noch mit dem Stream hochschauen Ja Ja Ich habe das Das Ich triff die, diese Falschirmspringer, die müssten wir eigentlich mit der Mini gerne einfach machen, ich triff die aber nie können Da Wärm E Wärm C Wärm C Wärm C Wärm Wärm J Ich bin gerade beschossen worden von hinten vom Spitalsügelhörbe. Aber rot, was ist mit rot? Rot, 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 wo ist die? Wo sind die alle? Warte, wo bin ich das jetzt gerade verpasst? Den Insert des Jahrtausends. Irgendwer ist der Chat in der Luft. Ja, es geht aus. Na ja, den ist du finischt, das ist auch nicht schlecht. So gesehen, ja. Der fliert. Der fliert wirklich auf einmal mit den Rocket Shirts. Warte mal, Spital ist immer ein guter Tipp zum Einschießen. Spital, Spital, wo bist du? Spital, Spital. Hihi. Vielen Dank.